Allen Schülern und Schülerinnen die Sprachkompetenz zukommen zu lassen, die es ihnen ermöglicht, ohne Probleme den Unterricht zu folgen. Um ein vollständiges und detailliertes Bild der Situation zu erhalten, hat die Landesregierung die Koordinatoren und die Verantwortlichen der sechs in Südtirol seit 2007 operierenden Sprachzentren und auch die Schulamtsleiter angehört. Im Schuljahr 2007 waren an Südtirol-Schulen 5.734 Migrantenkinder, im letzten Schuljahr waren es 8.906. Das ist ein Zuwachs von über 50 Prozent, an den nun auch die Sprachzentren angepasst werden müssen. Wir möchten entsprechende Sprachzentren errichten, das haben wir schon getan, Sprachzentren, die eben angeboten werden und zwar in der Form, dass in den einzelnen Schulen einfach gesagt wird, von 8 bis 11 Uhr oder von 8 bis 10 Uhr besucht ihr diese Sprachzentren und dann kommen sie wieder zurück in die betreffende Schule und auf die Art und Weise werden sie sicher im Laufe der Zeit die entsprechende Sprache erlernen, damit sie ohne Stützunterricht dem Unterricht folgen können. Und in der Peripherie möchten wir sogenannte Sprachenvermittler einsetzen, wo einfach irgendwie ein Lehrkraft und so weiter beauftragt wird, zwei, drei, vier Stunden den Kindern zur Seite zu stehen, um ihnen zu helfen, die deutsche und italienische Sprache zu lernen. Wir geben zur Zeit ungefähr eine Million und 50.000 für die Sprachzentren aus und 300.000 für Kurse für die Eltern. Den Betrag können wir ohne weiteres verdoppeln, weil ich der Meinung bin, dass das Geld dann gut ausgegeben wäre. Die mit den Beiträgen der Europäischen Union aufgebaute Planetenschule in der Nähe der Grundschule in Gummer wird in wenigen Wochen eröffnet werden. Es ist eine Einrichtung, die vielen Fragen und Bedürfnissen der Besucher entgegenkommen wird. Wir haben bereits seit einiger Zeit ein Planetarium in Gummer. Dieses ist aber nur ein Planetarium, um eben die Sterne zu beobachten und so weiter. Und wir möchten jetzt eine Schule dazu machen, wir haben sie bereits gebaut. Und jetzt möchten wir, dass unsere Leute hier, Schulen, aber auch private und so weiter, entsprechende Kurse, Weiterbildungsveranstaltungen besuchen können. Aber auch, dass Schulen auch von außen kommen, in dieser wunderbaren Umgebung, in dieser klaren Luft und so weiter, dass sie den Himmel beobachten können. Ich bin überzeugt, dass das eine Einrichtung ist, die kulturell eine Bedeutung hat, aber auch wirtschaftlich. Heute haben wir drei Experten bereitgestellt, die eben diese Programme verfolgen sollten. Die Landesregierung hat neue Kriterien für die Beiträge an die Gemeinden beschlossen, die Zivilschutzarbeiten durchführen müssen. Das Wichtigste dabei, der Landesbeitrag für die Erstellung der Gefahrenpläne wird erhöht werden.